Ich bin der Doktor, Doktore. Mal gucken, wie es so wird. Ich denke mal, ich gehe mal an, hier ein klassischem Bild, sobald ich kann, 15, das wäre, aber 150 Gold wäre schon eine ganz nette Sache, um weiter zu kommen. Ich bin der Doktor. Ist jeder bereit? Mit V-Man Vigor. Hier ist eine Sifelaine. Ich habe bessere Chancen, wenn ich... Mal gucken, vielleicht ist Rikki nur zum Stil da. Ich weiß, ein bisschen Glück kommen die hier auch zu 2. Naja, und am Ende rette ich das Game. Ich kann mal behaupten, dass Abaddon besser ist auf der Lifelane. Halt gesetzt. Wunderlord, das müsste ja andere Auflehnung sein. Ja. 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 War schon mal nicht verkehrt, das Play. Ja. 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 Wunderlord ist hier. Ein bisschen schwieriger. Oh und wieder den damit bin ich shadow schamen 3 ich bin wirklich 2 das machen ganz unterschied daaaammn eigentlich holst du ihn denn ein? shit hier rankommen hier, catch hmmm Oh, Glück gehabt. Ah, Dazzle. Jedes Mal wieder. Hat ja auch noch einen Blightstone, der Arsch. Verdammt. Jetzt geht der auch noch deep, so dass ich hier farmen kann. Das ist wunderbar. Ich muss unbedingt Dazzle begegnen, dass er mir die Clarity kanzelt. Ich bin ein Blightstone. Unglaublich. Schade. Aber dann ist er leider draufgegangen. Einer. Und auch meiner. Wunderbar. Oh, ich hab einen Night Stalker jetzt. Mate. Gegner, der auf eine Menge Farm aufgibt. Um ihn zu bekommen. Polo auch noch. Schaffe ich tatsächlich noch den Bootstock da? Ach, seit lang. Leicht. Was? 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 Hahaha Hahaha Find my boat Ich bin ein With him and vigor Oh, look at me go I go stronger Here I come Nicht optimal Komm ich hier nicht so raus? Oh, lecko mio, das tut weh Not so fast Wow, fuck Was? Wieso hat der denn auf einmal auf mich? Schade Auf jeden Fall down unser TA Nein Jetzt werden sie zuferen Sehr gut Keiner Zufall War ich nicht geplant, ich wär jetzt einfach so in die Mitte ohne Heel Ich denk mal, oh Geh, äh, hier rum Geh den Ward hier auf Oh, shit Das tut weh X, okay Okay Mana Boots Ja, aber Ähm Okay Hunter Helix Jetzt hab ich natürlich nicht viel Was mich, ähm Was mich in den Arsch rettet recorder Göööá, aber Maler Boots hirn-isi- Einmaler Boots hier nicht verkehrt Das ist ja ganz gut. ich entweder gerne mit geschwindigkeit oder boots mit aber weil ich beides nicht habe dass ich mich irgendwo gerecht finde der call ist echt unbedingt wichtig aber ich habe einen tränkelboot gebrauchen so dringend warum nicht schön günstig aber immerhin habe ich jetzt regen jetzt habe ich jetzt regen gut last hits wird er nicht bekommen können ich weiß nicht ob ich unbedingt dahin will das einzige was bei exo ein bisschen steuer ist du kannst dich auf die swings nicht verlassen mit ein bisschen freiten wir haben immer noch mehr leben als die anderen und underlord bis jetzt doch weg sonst aufgepasst auf jeden fall wesentlich mehr farmen was was Nein, ich sterbe. Oh, Motherf... My dapple's darken. Uhhhhhhhhh. Touchable. Oh. We're skipping grace. We're in range, huh? Sprink! There they are. Dammit. Don't run off. This is fun. Oh, dammit. Extra. So schön. Dammit. Shit. Shit. Ah. Dammit. Ich will mal meine Radiance hätte. Aber... Wait. Oh. Beым 말ем... Um... Uh-huh. Come get healed. Wait up. Hi! Telling it. Spank? jetzt könnte ich mir wieder wana boots mal die sie war und jetzt ganz weit klicken auch die kann ich nicht schade ach so und da war ja was ich nur noch hier Backspeed, oh maß hier haben wir eigentlich keinen Katapult, bin ich irgendwo kaputt gegangen? was was auf der wild track phoenix ist das blightstone radiance und dann blightstone man vermisst du das doch wow sowas von überhaupt kein aoe clear ah ah man ich hab heute meine radiance nicht dass ich hier den meisten Teil gemacht hätte hier mit 1 2 1 aber dann habe ich die radiance und dann noch stecken mhm ja dammit oder mhm oder mhm 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 hier hin auf die Läne. Ah, das ist gerade... War nicht so, aber... Keine Ahnung warum. Hm. Hm. Dammit. Komm schon. Ah, wunderbar. Danke, Platzika. Das hat geholfen. Ups. Platzika hat da echt ausgeholfen. 3, 2, 1. Danksam, ha? Heil mich, du Arsch. Okay. Ah, verges... Au. Eh. Hm. Hm. Schnell, die dumme Bitch. Okay. Ähm. Es war knapp. Verdammt knapp. Ähm. Ähm. Ganz stumpf große Items holen, die jeden Helden nutzen. Glock. In. 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 Was ist das? Oh, Sky Ich bin Skyrat Oh da ist er! Ein Stück schneller. Oh wir haben einen Spirit Breaker. Den habe ich dem die Tour vermasken kann. Passt. Passt. Gut, jetzt hole ich mir meinen ersten Hyperstone. Erste Hyperstone, Hyperstone. Geht auf so crazy Builds hier. Das ist unglaublich. Okay. Okay. Den Heal habe ich einfach nur mal so gezündet. Sicher ist sicher ne. Aber. Mit der Radiance bin ich natürlich ziemlich gut dabei. Geht rein. Geht jetzt wo? Ah. Interessant, da klappt es nicht. Hab ich schon angefangen für dich? Oh du Arsch. Was ein Arsch. Unglaublich. Geht. Hm. Gämm. 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 So und jetzt. Ja. Ah ne. Gämm. 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 Der...? Gämm. Elend? Aller, so witzig. ohhh shit shit come on ok Okay... ähm... Wow... Wow... Ist man gestorben? Einmal... Hat 15 Kills Radiance Lich Und ich... Lock Combination Wäre es mit... Eondisk, ich glaube das wäre passender Mal save von allem möglichen Save von allem möglichen... Shit Ladung an Damage Mein Auge, das... Gibt's doch nicht Heheheheh Ich will die Wind Heheheheh Komm schon Damm Ja... Damm... Dammt... 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 Gold... Und Night Vision... Warum nicht? Dammt... Oh... So selten mit Arrival gespielt... Bitch war so guuuuut... Mann... Dammt... 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 Kann man noch so lange warten... Dammt... 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 damit ist keiner von gestorben ich hätte wäre gern teilt ob ich hier den damage nehmen kann äh was weiß ähm health lifesteale ion disk jetzt schon verkaufen 2 8 ja ähm ja 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 guter rippelt und ist danach gestorben ok jetzt kann ich leben dann wird es die Seed ja Oh, das war der Falsche. Sollte ich mal richtig bringen. Jetzt wird gebasht. Haha. Oh, das war's. Checkies, huh? Opsa. Oh, shit. Oh, ich bringe mir erstmal meinen Healboost ein. I give no water. Motherfuck. Okay. Oh, jetzt bin ich Luna. Oh, okay. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Hättet ihr euch einen Dissgang gesagt. Ah, hätte ich die nur mal behalten. Schade. Dammit. Das ist für mich. Ah. Ich bin Luna. Und die haben nur noch zwei Verteidiger. Also sollte das... ...möglichst schnell jetzt vorbei sein. Ich bin oft genug gestorben. Das ist peinlich. Murder everywhere. Reason trampled by wrath. Megakillstreak. Megakillstreak. Stehen da doch schon überall Cent... Cent... ...Zepter, dass die nicht mehr... Oder hat das Schilding? So hohe Abklingzeit. Luna mit Radiance Butterfly Moonshard... ...auf halbem Weg zur Eondisc. Behaupten wir mal, dass das... ...äh... ...nicht... ...OP ist. Schau mal her. Let me help you. Trink mir in dem Moment ja jetzt nix. Hm. Wollen wir mal sehen, hm? Ja. Okay, 5, 6, 7 und äh, die Base quasi allein zerlegt. Holy shit, man. Moonshirt, Butterfly of Luna und dazu noch eine Radiance. Nicht schlecht, nicht schlecht. 1000. Gebäudeschaden. Oh, ich muss mich noch anders. Muskeln ein bisschen. Tatsächlich? Nein. Das einzige, was ich noch hätte holen können, wäre Desolator. Ja, aber... Naja, nein. Oh, sie haben es gefixt. Ich hoffe, dass du jetzt deine Fähigkeiten doch irgendwo siehst. Kollegenchen, guckt euch mal den Skill-Bild an. Voll der Hammer. Überall. Alle total abgespaced, was die alle für Fähigkeiten haben. 2 Buy-Bags oder was hat er gemacht? Gut, ich bin ja auch mal erst spät. Kein Hero Damage. Last Hits. Boah, hätte ich jetzt mit Luna noch auf Last Hits gegangen, ich hätte... eine Illusion-Rune und ich hätte alle Jungles leergeräumt innerhalb von 2 Minuten, wenn ich das hätte koordinieren können. Vom... Illusions schicken. Innerhalb von... 1,5-2 Minuten. Alle 4-Gangles leergeräumt. Und die Lanes. Lanes aber noch, klar. Hat mich ja... Hat mich ja schon durch die Gebäude gefressen wie nichts. Eieieiei... Na gut. Wenn man das nächste Spiel so gibt.